Guys, wir sind stehen geblieben in der Loot-Hölle schlechthin, weil da hinten sind noch viel mehr Häuser. Ansonsten ist da noch irgendwas, das könnten wir auch noch gucken. Da ist eine Aussichtsplattform und zwar würde ich erstmal mein Auto näher zum Ort des Geschehens bringen. Oh, warum liegt das einfach auf dem Boden, what the fuck? Das ist doch heilig, oder? Flupp, also ich würde schon sagen, die Särge sind schon sehr optimal. Geil, noch ein bisschen näher, denn wir müssen noch alles gut beladen können. Let's fucking go. Sehr schön. Ansonsten, was haben wir hier schönes? Wollen wir erstmal oben schauen? Wollen wir das mal strategisch angucken? So, was haben wir hier? Das können wir halt finally erstmal benutzen. What the hell? Na gut, hinterfragen wir mal nicht. Was ist das denn? What the hell? Na gut, in der Wand verpackt. Was brauchen wir denn alles? Das brauchen wir nicht. Wir können ja Häufchen bilden, ne? Oder wollen wir gleich alles mitnehmen? Weil wir haben ja den Platz, oder so. Oh, let's go. Noch eine Fläche zum Bauen. Warte mal, wir machen erstmal alles raus. Was ist denn das denn so? Warum ist denn jetzt schon wieder hier alles statisch? Ich verstehe das nicht. Mache ich irgendwas falsch? Let's go. Jetzt ist das verbuggt. Ey. Wir laden nochmal. Was machen wir denn hier? Was ist denn das hier? Wo ist denn hier so ein Tier? Komm. Okay, sollte funktionieren, oder? So, was machen wir jetzt mit dem Auto? Hö. Fußball spielen. Auch wichtig. Jetzt können wir vielleicht auch bauen. Dann ist heute mal eine kleine Bastelstunde. Umrande die vier Löcher und mache ein paar Wege, die direkt zu den Löchern sind. Weg. Alles weg. Alles weg. So. Löse dich. Let's go. Du bist eigentlich gut. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Sprinter. Woppa. Oh, das ist kriminell. Aber könnte was werden. Scheiße. Dann müssen wir doch die Euro-Paletten dafür nehmen. Oh. Mehr Stauraum? Fragezeichen. Mann, warum müssen denn immer diese Hasen abfucken? Was machst du denn? Pass doch auf. Das ist gefährlich. Ähm. Kann ich dir helfen vielleicht? Komm, komm, komm. Ja, ja. Du schaffst es. Du schaffst es, Minion. Ja, da bist du. Du fucking Hase, Alter. Hier. Kannst du deinem Bruder gehen? Alle ausgerottet, Mann. Woppa. Dann diese Euro-Palette. Boah, das hat schon was. Dann diese Euro-Palette. Woppa. Tja, hält das jetzt oder nicht? Muss ich das noch attachen? Aber das geht ja nicht. Doch. Nein, es frostet. Zwei Millimeter fehlerhaft. Wie gesagt, Chat, wir machen fucking Panzer. Boah. Dann sollte vielleicht nicht mehr alles rumbacken. Ha. Ich bin Bob, der Baumeister. Na ja, klar. Bist du eigentlich Riesentü... Ne, du bist... Was? Kann man den Tisch nicht mitnehmen? Mann, das ist ja fake. Schöne Scheiße. Wenn wir noch mehr so ne... Geh weg. Wenn wir noch mehr solche Hälzer finden, die dünnen... Das ist ein Attach-Bug. Würde ich schon sagen, Mann. Yo. Wir sind wieder zurück. Mein Internet hat sich fein wie wieder eingerenkt. So, Chat, guck mal. Ich wollte das hier machen. Gehe. Ah, jetzt kann ich aber nicht attachen. Doch. Let's fucking go. Du auch noch? Gehe. Boah. Mach die T-Post. Scheiße, bin ich cringe. Äh, okay. Das bedeutet jetzt... Das können wir vielleicht als Luke benutzen. Dann wird das ein fucking Raumschiff. Ne, wir machen Raumschiffsdraht raus. Sag ich. Das ist unsere Einstiegsluke. Wir schauen mal, was da noch ist. Müssen halt ein bisschen Meter schrubben jetzt. Yo, das nenne ich mal einen Big-Reifen. Sehr gut. Taken wir. Alles, was wir taken dahin. Fleisch. Immer gut. Boah. Toiletten? Wozu Toiletten? Maybe für den Kick. Irgendeine Haube. Hilarious. Okay. Essen. Wichtig. Irgendwas komisches. Wichtig. Blau. Ob wir auch die Euro-Paletten anstreichen können? Ich bezweifle es. Aber wir können es ja mal versuchen. Einmal. Für unsere Pisse können wir ein Ökosystem schaffen. Flasche. Kaputte Flasche. Leute, ihr wollt gar nicht denken, was ich die ganze Zeit mir durchdenke. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen ruhiger, weil... No joke, wir können wirklich ein Raumschiff basteln, oder? Ich weiß nicht, ob das Fahrzeug dafür gut ist. Und wir können eigentlich im Fahrzeug so viele Euro-Paletten anbasteln, dass wir im Fahrzeug noch ein Fahrzeug haben. Checkt ihr? Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte wir noch das Game zocken wollen. Was bist du? Ey, jetzt scheißt du dich aus mit Diesel, oder was? Na gut, merken wir mal. Da nehme ich dich dann nochmal mit. Schieb. Ne, du willst nicht geschoben werden. Sorry. Mögliches Stück. Oh mein Gott. Unsere Lady ist zurück. Nice. Bist du? Alles sowas undefinierbares. Merkwürdig, man. Kann ja sein, dass wir jetzt The Long Drive durchgespielt haben, so vom Gefühl her. Also das hier ist... Das war kein Witz mit den 5000 Kilometern. Wenn ich ein Spiel anfasse, dann möchte ich das auch zu Ende spielen. Ihr müsst es nicht in die Kommentare schreiben. Ich habe natürlich gewusst, dass da oben was ist. In The Long Drive muss man wirklich auf alles achten. Okay, wir safen nochmal. Aus guter Gründe. So. Schaut mal, schaut mal. Oh, weil du gehst da auf, dann müssen wir dich dann auch nochmal so drehen. Let's go. Bloß hier alles wegschaffen. Nicht, dass hier wieder irgendwas verbuggt. Wir safen. So, du könntest fatal noch sein. Vorsichtig. Let's go. Vorsichtig. Sehr schön. Wop, speichern. Geil. Stopp, stopp, stopp. Alles ist gut. Wow. Ja, wir haben ein bisschen Schlagsahne. Die bewegen sich, hä? Naja. Für den Anfang geht's. Die kann man halt gut lagern eigentlich. Die sind schön flach. Jetzt bockt es auch. Jetzt stirbt man nicht. Jetzt lernt man so einiges dazu. Machen einfach mal das da hin. Das hat ja keine Daseinsberechtigung gerade. Woppa. Warum mache ich hier Fleisch rein? Schade. Ich hab nur sehr wenig geschlafen heute. Deswegen könnte es vielleicht man es merken. Ach. Ich checke zum Beispiel jetzt wieder mal was. Die Items werden statisch. Sobald die hier im Sarg sind. Kann das... Oh, scheiße. Kann das sein? Ah ja. Geil. Kann man eigentlich ein Auto auch überladen? Ich hoffe mal nicht. Und den Besten tun wir natürlich auch ganz oben placen. Licht. Ja, geh doch zum Auto. So was Beschissenes, Alter. Drecks. Wichs. Kobold. Wir sammeln jetzt Anhänger. Oh. Yeah. Geil. Und du noch. Werde zum fucking Hippie. Darf man das heute zu Tage noch sagen? Ich hoffe mal. Ich mag Hippies. Klar kenn ich Long Drive. Richtig. Das sieht irgendwie scheiße aus. Also nehmen wir es. Buh. Ich habe meine eigene Stimme. Klar. Ich will bis scheiße... Ich selfe mal kurz. Ich will fucking 5000 Kilometer schaffen, wo die Straße zu Ende ist. Spoiler. Und da aus Paletten ein Haus bauen. Das habe ich vor. Was ist ein Plan? Danke, danke. Perfekt für mich. Neue Fläche. Wir können doch die Reifen mitnehmen. Let's go. Sieht aber auch ein bisschen so aus, als hättest du Einen geraucht. Schön wäre es. Bald, bald. Soße bald. Kinder? Macht, was ihr wollt. Das war ein Joke. Macht nur, wenn ihr euch bereit... Scheiße. Ich bin kein Vorzeigebild, oder? Eltern? Lebt das Leben. Scheiße auf Kinder. Na gut. Mir geht es irgendwie schrecklich ein bisschen. Was ist denn das? Wir gehen jetzt einfach mal weiter looten, oder? Guck mal. Ihr guckt mal, wo es jetzt als nächstes hingeht. Wir kamen von der Aussichtsplattform da. Da ist die Straße. Demzufolge können wir da zum Haus noch gehen. Ansonsten ist da noch irgendwas, was ich erkundigen möchte. Da ist eine Aussichtsplattform. Ich habe gescheckt, dass Aussichtsplattformen scheiße sind. Aber wieso gehst du nicht auf die Straße? Naja, weil hier Loot ohne Ende ist. Hier ist ein fucking Paradies, weißt du? Wo war das? Da hinten, okay. Na, dass es dir vielleicht in Sprit ausgeht, wenn du das so in der Wüste fährst. Minion. Lass mir dir eines sagen. Wir haben genug Sprit. So. Let's fucking go. Wir... Was tun wir, liebe Leute? Safen. Euro Paletten, let's go. Jo, viel sogar. Ey, das wird wirklich eine einzigste Bastelfolge, würde ich sagen. Oh, das ist gefährlich. Wartet. Porgas. Jo. Oh. Was ist... Ist das krass? Kann man da... Kann man rubbeln? Ich möchte dich... Nehmen wir dich trotzdem einfach mal mit. Was soll's. Oh, das ist wichtig. Das können wir gleich auffüllen. Was? Empty Tank. Oh, scheiße. Hoffentlich haben wir noch ein bisschen Gas. Aber ich muss jetzt gehen. Ich hau mich gleich mal ins Bett. Oh. Okay. Wenn du Zeit und Interesse an mir hast... Uwo. Dann kannst du gerne morgen nochmal vorbeischauen, ab 0 Uhr. Weißt du? Viel Spaß noch. Uwo. Ey. Schönes Uwo. Ach, wir müssen wieder alles entladen. Hab ich da Bock drauf? So ist er. Du bist wirklich rechtzeitig gegangen. Sag ich. Uwo. Also wir haben noch Zeit, oder? Machen einfach mal einen ganz Schittigen, oder? Schüttel. Das schmeckt nicht nach Kaffee. Woppa. 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 Breite. Dann fliegt das andere auch nicht mehr drumherum. Geil. Scheiße. Ne, das ist mir zu schief. Ansonsten, was ist jetzt die Strat? So. Ja. Alright. Äh. Ansonsten jetzt die Kühlschränke. Oh mein Gott. Shit. Wir können gleich wieder weiterfahren. Poggers. Wo ist denn unser dritter Kühlschrank hin? Boah. Ne, das wird langs... Ah. Stopp. Hoffnung, ich hältst du. Go, go. Oder? Jetzt. Du hältst. Na ja, klar. Wehre dich nicht. So, was ist denn jetzt? Bitte, bitte. Reifen. Oh, wir haben ja was verloren. Wir müssen eigentlich da lang. Was ist passiert? Oh. Nicht gut balanciert. Ne, das ist gut. Holy shit. Das ist aber sowas von gut balanciert. Nenn mich fucking Macher, Alter. So. Nur, wenn ich die Straße aber wieder finde. Zu 88% bin ich sicher, dass da die Straße kommt. Haha. Wenn ich da eine Schere. Pfff. What, 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 what? Let's. Nein. Da kommt ein gefährlicher Hase. Zwei sogar. So, ich glaube sogar, dass da noch eine Palette war, weil die ich nicht vom Haus weggekriegt habe. Alles. Alles stibitzt. Das ist ja... Das ist doch gemein, Mann. Einfach alles geklaut. Achso, das war das Haus, wo auch hier... Immer. Aber auch immer, Chat. Oh. Vielleicht auch mitnehmen. Immer looten gehen. Gehen wir rein. 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 Turbo. Okay. Vorsichtig. Straße meistens verbuggt. Aber jede Folge sollte schon... 26 Minuten haben. Wir tun nochmal alles fixen. Naja. Mann. Dafür sind wir doch da. Was ist das? Merkwürdig. Back in the long drive. Ich brauche Clips. Wir machen gleich einen Unfall. So. Weiter geht's. Alter, was ist denn das für ein Schlachtschiff? Holy shit. Kann man machen. Bin ich zurück? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber na gut. ist das für ein Schlachtschiff? Ja. 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 Sehr schön. Wow, 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 wow. Stopp. Stopp. Geil. Hat sich das gelohnt? Gas und Dull? Gut. Äh. Da ist ein Haus. Das war aber unser Haus. Da ist ein Haus. Boah, bug abusing. Oh, wow, 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 wow. Wenn wir Glück haben, sogar das Friedhof. Das hat irgendwie so Umrandungen. Checkt ihr? Okay, weiter geht's. Hier geht's bergab, also Spritsparen. Das ist ein Friedhof, oder? Mal gucken, ob wir da hinkommen. Wow. Fuck you. Warte geht's. Beatbox als Beruf. Vom Beruf. Gehen wir mal raus. Dafür haben wir ja ein Auto, um auch rausgehen zu können. Holy fuck. Wir haben ja ein Fernglas, warte mal. Wow, das ist ein Friedhof. Ey, das wär krass. Wisst ihr, also, wenn wir noch mehr hier, diese Dinger hier finden, die Särge, dann könnten wir halt wirklich eine Pracht an, äh, Friedfertigkeit entwickeln. Dann fahren wir einfach mal dahin, oder? Aber ich will dennoch erstmal das andere da looten. Hört ihr das? Wir sind out of Benzin. Na gut, bis dahin kennen wir noch, das rollt gerne. Oh man, Multitasking-Baum! Ah! Gott. Wir kommen noch bis zur Loot-Quelle. Machen wir mal so. Alles gut? Oh, hier ist wieder was vergraben. Let's go. Warte mal, wir gucken mal. Hallo? What the hell? Der Typ ist verquickt. Lass uns den mal töten. Let's fucking go. Lichtschwert, sag ich. Was ist denn jetzt die Strat? Ich wollte jetzt erstmal voll tanken. Das bedeutet jetzt, das schluckt Gas, oder? Kann das sein? Hase, geh weg! Geh blo... Fick dich! Ich hasse Hasen, meine Fresse! Dann tanken wir erstmal voll. Äh, was mach ich hier? Ich hab das grad getrunken, oder? Kein Problem, bro. Danke, danke. Machen wir mal, einfach mal. So, dann können wir auch beladen. Boah, ich bin grad gehypt. Das wisst ihr gar nicht. Einfach da hinten. Fucking Friedhof, Alter. So, du kommst erstmal weg. Wir können ja wieder Häufchen machen, was wir nicht brauchen. Kommt einfach hier hin. So. Kannst den Mann auf deine Karre tun? Brauchst dann nicht mehr die Sexpuppe? Schuh. Äh, so kacken wollte ich. Kacken und pissen. Können wir Multitasking machen? Er ist hart am Jigglen. Holy shit! Ich bin wirklich sehr hübsch. Yo! Noch ein Big Reifen. Wartet, wartet. Da haben wir doch was. Einmal... Einmal so. Äh, bro. Yo! Hey, guck mal, wie cool! Neue Munition. Was bist du? Nehme ich einfach mal mit. Schaden tut's ja nicht. Du hast aber auch schon Dinge gesehen, aber nehmen wir trotzdem mal mit. Oh, noch irgendwas Motorartiges. Motor Nummer 2. Oh, ne Krake. Hatten wir noch nicht, glaube ich. Also noch gar nicht, oder? Oder? Komm, du kannst bei der Lady mal ein bisschen abgammeln. Hä, sch... Hä, sch... Ich checke ja jetzt erst, dass wir hier auch Euro-Paletten haben. Oh, ist das gut oder schlecht? Also es gibt eine Bau-Action mal wieder, glaube ich. Oh, noch ein Radio. Okay. Und Tank Nummer X500. Ich glaube, das hat auch noch niemand gesehen, dass man aus einem Autobehälter Wasser drängt. Könnte man eigentlich mal nachstellen in Real Life. Wie viele Motoren? Noch ein Motor. So, ein Kühlschrank. Ist hier noch was drin? Naja, klar, oder? Oh, 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 oh. Zu. Zu. Löse dich. Schieben. Yo, wie cool. Rotsicht. Yo. Irgendwas Goldenes. Ein Pokal, okay. Motor. Noch ein Anhänger. Ein Baum. Hatten wir auch noch nicht. Schwarz sogar. Gehe. Nice. Wisst ihr? Wir können Licht anmachen. Das sehe ich jetzt erst. Ha, ha. Ah, Motor. Wir haben noch nicht genug. Hau ruck. Wir haben eine Hilde überschritten und jetzt wird es nur noch besser. Haha, würde ich mal so annehmen. Yo. Das ist doch Bibi. Mwah. Und finally der letzte Motor. Dann müssen wir einmal entladen. Wir safen mal vorher. Sorry, Twitch. Aber YouTube kriegt es im Schnelldurchlauf. Ah. Das fliegt wieder. Haha. Was ist das denn? Mann. So, my guys. Seht ihr das? Das nenne ich mal eine Müllhalde. Holy shit. Wie cool. Nicht? Also, da kann man das doch schon sehen lassen. Wir müssten jetzt wieder alles anbasteln. Checkt ihr das? Ich gehe mal kurz was zu essen holen. Wenn wir da hingehen und wenn da Euro-Paletten sind, machen wir die Scheiße gleich nochmal. Wisst ihr das eigentlich? Wie Albert Einstein schon gesagt hat, wer die gleiche Dinge tut und andere Ergebnisse sehen will, gleicht dies. Ein Wahnsinn. Wieso bin ich stuck? Oh, warum ist das so? Warte mal, wir stay alone nochmal. So. Nein. Ah. Ach, Mann. Oh. So, jetzt nochmal, du Basten. Oh, fuck. Mir geht's gut. Keine Sorge. Einmal so. 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 Oh. Das safe mir. Das ist geil. Geh. Ihh, da ist was dran, oder? Ja. Geh. 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 Wo denn? Wo schreit es denn? Das oder was? Geh bloß weg. So, was? Oh. Was safe? Nice. 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 Ah, fuck you. Geh. Oh, let's go. Nein. Geh. Oh. Geh. Let's go. Holy shit. Dann tun wir jetzt so finally beladen, ne? Dann machen wir dich, also die Kühlschränke hier als Wände. So, guck mal. Jetzt können wir hier so aufmachen. Amazing. Hoffentlich kann man die Maschine hier nicht aufmachen. Überladen. Sehr schön. So, oder? Sehr schön. So. Ah. Nein. Wir safen. Was ist das denn? Holy shit. Die nächste Strad wäre... Die hier. Schön. 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 Was wird das? Das wird ja lila, lila. Na gut. Äh, machen wir rein. Dann noch ein bisschen gelb. Pssst. Ne, gelb ist Arsch. Was bist du? Welche Farbe bist du? Pink oder was? Irgendwas helles. Aha. Türkis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es verändert sich. Wann wissen wir denn, wenn es fertig ist? Jetzt so, oder? Machen wir hier noch. Hervorragend. Wow. Zu. 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 Alles zu? Ah, alles zu. So, wie ist denn die Strad jetzt? Wie kriegen wir das denn am optimalsten eingelagert? Erstmal deine Teammitglieder besuchen, weil die dort im Grab liegen, weil du von Content zu Content wechselst aus dem Nichts. So alle vier Monate. Ich war mal bei durchschnittlich zehn Zuschauer. Aber ey, Mann. Ich hab ja gesagt, 2024 ist dieses Testjahr. Und 2025 wird es dann amazing, weißt du? So, weil es so schön ist, machen wir vielleicht einfach mal so hin. So, das sollte alles... Warum ist das attached und das hier nicht? Kann mir das mal jemand sagen? Hä? Jetzt? What the hell? Na gut, schauen wir mal. Einfach mal alles hier vollknallen und die Särge dann oben drauf, glaube ich, oder? Ja. Dann fangen wir an mit gelb und grün da hinten hin. Oh, what? Haben wir einen Strad? So, die Eimer. Könnte man vielleicht auch hinten hin machen. Ist ja auch ein Behälter. Scheiße. Sehr schön. Reifen. Wichtig. Oh, der Platz wird eng. Minions. Nice. So. Let's fucking go. Geil. Dann noch einmal das. Das müssen wir noch ein bisschen basteln. Das, die hier sind eigentlich useless as fuck. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Für Zwischen... Äh, meh. Zwischenwände hier. Also, das kann man doch schon als Panzer betiteln, oder? So, jetzt kommen alle Särge noch. Okay. Wir safen mal ganz gut schnell. Wir haben schon 124 Mal gesaved. Alright. Die komische Scheibe muss mit. Das wird unser Fenster dann. Beim Haus. Holy shit. Und ich will das halt noch vergrößern. Wisst ihr? Das wäre möglich, wenn wir drei so eine Autos finden. Im mittleren fahren wir dann. Und die anderen sind einfach nur für die Plattformen dann. Wisst ihr? Das wird noch hilarious. Also. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne mal ein Förderber da, Mann. XD. Bam, Junge. Bam, Junge. Piss dich. Komm. Lootbox. Bitte was Gutes. Essen, maybe. Wir haben fast kein Essen mehr. Panzerkampf. Achso. Kam wegen. 7.30 mit 2 Meter Monster-Tee im Executionplatz. 4.000. Yo. Sogar mit ganz viel Munition. So, jetzt. Drückt mir mal die Daumen, dass das Auto jetzt fährt. Wir haben es nicht getestet. Seid ihr bereit? Alter, es leckt. Seid ihr bereit, das zu testen, ne? Scheiß, die Wand an. Seid ihr ready? Sollen wir probieren? Der professionale Schrot-Sammler. True. Ach, scheiße, ich bin den Hasen mit. Der ist mir irgendwie ums Herz gewachsen. Wir brauchen noch jemanden zum Ficken. Dann sind wir auch nicht so alleine. Lieber, lieber, lieber. Bitte, lass uns fahren. Ich habe wirklich 4 Stunden. Mehr als 4 Stunden. Ne, jetzt sind es schon. 6 Stunden. Gebaut. Und gelootet. Wir safe nochmal. Ich bin safe geil geworden. Yo. Seht ihr das? Oh mein Gott, das wackelt aber ganz schön. Geil, oder? Lass uns jetzt einfach mal da zum Friedhof fahren. Let's fucking go. Wenn ihr das sehen wollt, das seht ihr da einfach in der nächsten Folge, dann... Dann lass gerne ein Abo und ein Like da und... Mein, mein Hamster ist einfach weggeflogen. Okay, nächste Folge fahren wir zum Friedhof. Let's go. Haut rein. Und bis dennne, man. Wir fahren 123 Kilometer. Holy shit. Wir wollen 5000 schaffen. Und bis dennne, wir wollen das machen. Vielen Dank.